hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Rennradfahren in Duisburg. Heute sind wir mit dem Mountainbike unterwegs und zwar auf einer Strecke unsere Sportkollegen Walter Holle. Wir haben uns seine Zehn-Halden-Tour ausgesucht, die wir mal gemeinsam mit euch und den Kameras abfahren wollen. Zehn Halden, okay, im Ruhrgebiet stehen eine Menge Halden rum. Entscheidend ist ja die Kunst, solche Halden dann auch mit einer tollen Fahrradstrecke zu verbinden. Das ist dem Walter hier mit Borgur gelungen. Wir fahren also größtenteils über Bahntrassen und haben noch sehr wenig Trassenverkehr dazwischen. Und die Halden, die meisten von uns für uns völliges Neuland, haben sich dann teilweise als wahre Edelsteine erwiesen. Schaut es euch an, war richtig interessant und das eine oder andere Abenteuer hatten wir auch dabei. So, jetzt zeige ich euch mal, wie wir gefahren sind. Gestartet in Gelsenkirchen, als erstes sind wir dann zur Rheinelbe gefahren. Die sind dann hoch von der Rheinelbe, geht zur Halde Zollverein 4-11. Nachdem wir die dann hatten, das ist die Zollverein 4-11, geht es dann weiter zur Halde Eickwinkel. Direkt neben der Eickwinkel ist die Schurrenberghalde, die wir dann auch genommen haben, über den Kanal rüber Richtung Halde Matthias Stinnes. Nach der Halde Matthias Stinnes kam die Halde oder Kippe 19 dran. Unmittelbar darauf dann zur Halde 22. Weiter ging es dann zur achten Halde, der Halde Imbrauk. Von der Halde Imbrauk dann weiter zur Halde Rungenberg. Und nach der Halde Rungenberg dann als letztes zur Pluto Halde. Wir hätten im Grunde genommen auch noch zwei Halden mehr machen können, nämlich die Mordbruchhalde und die Halde Graf Molke 3-4. Aber das war an dem Tag leider nicht möglich und ich erkläre euch während des Films auch warum. Ja, ich brauche euch ja jetzt nicht zu sagen, wir haben mal wieder den Himmelfilm. Das ist natürlich Alice. Sie ist unsere perfekte Kamerafrau für Himmelsaufnahmen. Das haben wir aber dann auch im Laufe des Films wieder hingekriegt. Der Weg zur ersten Halde. Der Halde Rheinelbe führt über eine alte Bahntrasse, lässt sich sehr gut fahren und ja, macht auch einen schönen Eindruck, die Landschaft drumherum. Ja, wir sind wir bei der Halde Rheinelbe. Alice schaut schon in die richtige Richtung. Manchmal ist es ja so, wenn man direkt vor so einer Halde steht, sieht man sie gar nicht. Ich habe es auf dem Navi gesehen, dass da eigentlich was war, aber so richtig klar war das dann nicht. Nur, dass wir verkehrt waren. Dann haben wir genau hingeguckt, haben dann auch die Halde gesehen. Ich habe gesagt, wir fahren dann aber erstmal zu diesen Informationsschildern, die da stehen, um da mal einen Eindruck von der Halde zu vermitteln. Man sieht es hier ganz gut. Eine Aufschüttung, spiralförmiger Aufstieg eigentlich zur Halde hoch und oben auf der Spitze dann eine Skulptur. Ein munteres Sammelsurium von Betonklötzen und ja, das war dann also die erste Herausforderung des Tages und wir waren ja noch relativ kalt. Also wir waren jetzt vielleicht drei Kilometer gefahren bis zur ersten Halde. Schauen wir mal, wie wir da aufgekommen sind. Der Aufstieg beginnt relativ harmlos auf einer asphaltierten Strecke, die dann aber hier auf eine Schotterpiste übergeht, die schon deutlich steiler nach oben führt und ich muss jetzt auch dazu sagen, das haben wir allerdings das hinterher festgestellt, wir sind die Halde auch genau verkehrt herum hochgefahren. Wir sind eigentlich auf Walters Downhill-Strecke hochgehechelt. Wenn wir auf der anderen Seite, die wir dann letztendlich runtergefahren sind, raufgefahren wären, wäre es also einfacher gewesen. Aber egal, wir sind trotzdem raufgekommen und naja, zum Warmwerden war es ganz gut. Die Halde Rhein-Elbe ist mit ihren 100 Metern über Normal-Null schon eine der höheren Halden im Ruhrgebiet, und entsprechend gut ist dann auch die Aussicht, wenn man dann mal oben ist. Und ja, das Ganze wird dann halt, wie man hier sieht, so ein bisschen gekrönt von einer kleinen Halde auf der Halde, auf der sich ein Kunstwerk befindet, das so ein bisschen an einen Totenpfahl irgendwelcher Indianerstämme erinnert, und was auch immer das darstellen soll. So, da war eine Treppe, und ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das Fahrrad mitzunehmen. Deswegen bin ich da einfach mal zu Fuß hoch und zeige euch jetzt mal die Aussicht von da oben. Musik 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 Wenn ihr die Hall der Rheinelbe auch mal hoch fahrt, nutzt die Gelegenheit und geht mal ganz nach oben. Es ist wirklich eine wunderbare Aussicht von da. Ich weiß, wenn man da hochgestrampelt ist, dann sieht so eine Treppe nicht gerade einladend aus. Aber deshalb so wild da hochzukommen und man wird da oben wirklich belohnt mit einem ganz, ganz tollen Rundumblick auf im Prinzip alle Halden, die es da so gibt und die wir heute noch befahren werden. Das ist ein Rundbeuch, das ist ein Rundbeuch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sind wir an der passenden Einfahrt vorbeigefahren und wir Deppen haben jetzt tatsächlich gedacht, hier würde es jetzt besser passen. Von wegen. Wieder umdrehen, wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist also genau der gleiche Abbiegefehler, den wir auch schon auf der Tour Zickzack rund um Essen vom Balter gemacht haben, an genau der gleichen Stelle. Und, naja, vielleicht lernen wir es bei der nächsten Tour, keine Ahnung. So, und spätestens hier bei dieser Abfahrt habe ich dann gemerkt, dass an meinem Bike was nicht stimmte. Dazu muss man sagen, wir sind schon seit vielen Monaten keine langen Strecken mehr mit dem Mountainbike gefahren. Über den Winter sowieso nicht, dann sind wir mal durch den Schnee gehobt, aber das waren alle keine 30, 40, 50 Kilometer Strecken, sondern das war dann mehr so mal 10 Kilometer, mal 15 Kilometer. Und auf den Halden genau das gleiche. Da fällt es dann nicht so sehr auf, wenn man ja auch nicht über Asphalt rollt. Hier hatte ich jetzt Asphalt und habe gemerkt, es rollt unglaublich schlecht. So, das war jetzt mal ja. Ja, wie ich dann hinterher festgestellt habe, ursächlich für mein Rollproblem war mein Hinterreifen. Ein Spezialschlappen, der auf Matsch, nassem Untergrund, Geröll unglaublich guten Grip entwickelt. Also genau das Richtige für Downhill im Regen. Aber auf Asphalt hatte er einen unglaublichen Rollwiderstand und ich habe da also wirklich gemerkt, ich muss da einige Watt mehr treten als üblich, um überhaupt vorwärts zu kommen. Ich bin also quasi ständig so ein kleines bisschen bergauf gefahren und das war dann hinterher auf Dauer nicht wirklich angenehm. Vor allem nicht in Kombination mit den anderen Macken, die sich dann noch herauskristallisiert haben. Musik 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 Nein, aber auch eine gute Rune Musik Oh ja, da lebt alles irgendwas, keine Ahnung. Musik Oh ja, da lebt alles. Musik Ja, die Halde Zollverein 4 schräger 11 hat's forstlich hinter den Ohr. Man fährt erstmal an diesen pittoresken Pferdekoppeln vorbei, sieht die Hallde, es geht leicht bergauf, man träumt noch davon, dass es so weitergeht und dann kommen dann die ersten richtig guten Steigungen. Die dann in Verbindung mit nicht unbedingt tollem Untergrund, so wie man hier sieht und wenn man dann auch dazu nimmt, meine automatische Sattelstütze muckte schon seit Monaten herum, aber das ist auf den Kurzstrecken im Winter und auf den Hallen so gar nicht so richtig aufgefallen. Hier jetzt hat die sich dann einfach mal in einer blöden Bewegung, Klammer auf, so dass ich es nicht mitbekam, Klammer zu, mal nach unten bewegt und ich hechelte dann tatsächlich dann 150 Meter, 8% hoch mit runtergefahrenem Sattel und hab dann irgendwann gemerkt, meine Oberschenkel wollten nicht mehr. Und dann kam erst der, mein Gott, du sitzt ja viel zu tief, Gedanke. Hier auf diesen Bildern bin ich schon wieder oben, aber ja, ihr werdet es vielleicht immer mal wieder sehen zwischendurch, wie mein Sattel sich dann plötzlich mal nach unten verabschiedet. Das wurde dann immer häufiger und hat sich dann auf dieser Tour zu einem echten Problem entwickelt. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Mit ihren 85 Meter über normalen Null ist die Zollverein 4-11 nicht unbedingt eine der höchsten Halden, aber im Gegensatz zur Rheinelbe, die wir vorher auch gefahren sind, wo der Belag der Wege ein bisschen besser war, strengt die Zollverein doch deutlich mehr an, wenn man da hochfährt. So, wir haben jetzt auch gesehen, oder ich habe gerade auch gesehen, da gab es Infrastruktur. Deswegen habe ich mal kurz angehalten und bin mal ein bisschen gucken gegangen, was sich da so abspielt auf diesem Seitenweg und ich muss sagen, das ist unglaublich ist. Ein richtig wildes Buschgap über gut 4 Meter, ordentlich verwildert und sage jetzt nicht unbedingt so aus, als ob da jeden Tag wer drüberfahren würde, aber war schon spektakulär, vor allen Dingen, wenn man dann weiter nach unten guckt und stellt dann fest, da gibt es noch mehr von der Sorte, das heißt, das war eine richtige Downhill-Sprungstrecke, leider Gottes mit einem Querweg, so weit ist immer gefährlich, wenn da Leute mit Pedelecs relativ schnell angefangen kommen, die sieht man erst im letzten Moment, man muss dann eine Vollbrung so machen, aber ich muss schon sagen, also da über das Ding zu springen, da gehört schon ein bisschen was zu, für mich wäre das also im Moment noch nichts. Na ja, ich nicht, ich nicht. Nächste Woche, ja, vielleicht irgendwann mal, aber im Moment wäre mir das noch eine Nummer zu heiß. Also, das ist schon mal irgendwie früher hier. Nein? So. Aber hier wird jetzt auch ein bisschen gebastelt. Stimmt. Ich meine, es ist eine herrliche Aussicht von der Halde Zoll vor allem 4-11. Genau auf die Gelsenkirchener Trabrennbahn und wir haben da auch eine Menge Leute trainieren sehen mit ihren Sulgis. Es ist also interessant, da zu sitzen und denen zuzuschauen. Auf der anderen Seite hatte ich mal eine Sattelstütze, die mir Ärger gemacht hat und zwar heftig auf dem Weg nach oben. Und ich hatte da jetzt wirklich im Hinterkopf, okay, essen wir einen Keks, trinken wir einen Schluck und dann versuche ich da mal, das Ding wieder irgendwie in Gang zu bringen. Natürlich immer gut, wenn man Werkzeug dabei hat. Ich habe da so ein super universelles Multitool, wo wirklich fast alles drin ist, außer eine Rohrzange. Okay, die würde da wahrscheinlich auch nicht reinpassen. Aber ich brauchte jetzt auch einen extrem kleinen Imbusschlüssel, nämlich einen 1 mm. Und da war ich dann erstmal überrascht, weil ich den gar nicht so auf Anhieb fand. Aber dann stellte ich fest, natürlich, wenn man schon so ein komplettes Set hat, da ist dann auch ein kleiner winziger Imbuss drin. Man muss ihn halt nur finden, notfalls halt auch mit einer Lupe. Der war nämlich jetzt wirklich sehr klein. Ja, nicht nur Schönheitsreperatur. Also ich muss sagen, die Sattelstütze, die ich da benutze, ist eine mechanische Sattelstütze, also keine hydraulische. Die ist mit einer Rastung versehen. Und diese Rastung sprang also regelmäßig raus. Und ich sackte die dann in sich zusammen. Und wenn man dann gerade im Berg rauf fährt, ist das extrem nervig. Speziell, wenn es dann immer mal wieder hintereinander passiert. Und ja gut, ich habe mal alles wieder gängig gemacht. Mal nachgestellt, mal geguckt, was das ist. Und jetzt rollen wir weiter und ich probiere mal, ob es klappt. Ihr werdet in diesem Film im Zuge der ganzen Halt, die wir da rauf und vor allem auch runterfahren, feststellen, dass der Walter die Strecken so gewählt hat, dass wirklich jedermann sie fahren kann. Das heißt, es sind also keine Extremstrecken dabei, auch keine Extremdownhills, irgendwelche Trails, wo man da ganz wilde Sachen machen muss. Bis auf zwei, drei enge Kurven ist eigentlich alles theoretisch auch mit einem Hollandrad zu befahren. Ich sag's einfach mal so. Und man hat trotzdem Spaß, da runterzufahren, weil man dann ja teilweise auch ein bisschen Geschwindigkeit kriegt. Da sind dann auch so Rinnen wie hier, über die man drüberhüpfen kann. Also ich sag mal, da hat halt jeder so ein bisschen von dem, was er haben möchte. Was ich da praktiziere, nennt sich auch Schweinehop, ist also kein Bunny. So, genug der Schotterwege. Jetzt sind wir wieder auf einer asphaltierten Bahntrasse und jetzt geht's weiter Richtung Halde Eickwinkel. Und ja, auch hier wieder relativ leer, auch am Wochenende wunderbar zu rollen, wunderbar zu fahren. Klasse Strecke Walter. So, hier geht's runter von der Nordsterntrasse und ja, leider hat meine Seitenstütze dann immer noch nicht so mitgespielt, wie ich das gerne gehabt hätte. War zwar schon weniger geworden mit den Runtersackern, aber immerhin hier also nochmal ein bisschen nachstellen am Zug. Ja, gebracht hat's aber im Endeffekt nichts. So, wir sind jetzt also von der Nordsterntrasse runter, fahren jetzt hier ein bisschen auf einer Fahrradstraße, die sich dann da vorne gleich in einen Pflastersteinweg umwandelt und nähern uns der Halde Eickwinkel. Die Eickwinkel wurde dann auch eines der ersten Highlights dieser Tour. Jujo, schaut aus. Da vorne unter der Autobahn durch. Wenn du mich fragst, dann in der Autobahn keine Halde. Na, Poller? Von all den Halden dieser Tour sind wir vorher noch nicht eine einzige gefahren. Das heißt, wir waren noch auf keiner dieser Halden. Die Verbindungsstrecken zwischen den Halden kannten wir teilweise. Dadurch, dass wir diese Halden alle überhaupt noch nicht kannten, waren wir dann teilweise auch völlig baff, was wir da vorgefunden haben. Und ja, es gibt wirklich eine Haldenkultur im Ruhrgebiet, die man so nicht wahrnimmt, aber die man wirklich mal für sich erforschen sollte. Er hat sich noch nicht umgestellt. Ja, er will da auch. Ja. Hätte mich ja jetzt auch gewundert. Na dann, räumen wir uns mal da auch. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Mitten im Aufstieg mussten wir dann eine Pause machen, weil sich Aldis Gimbal Kamera abgeschaltet hatte. Da war die Verbindung zwischen Akku und Kamera unterbrochen gewesen und der Akku war leer. Also mussten wir dann erstmal gucken, dass wir da wieder ein bisschen Saft reinkriegten. Das hat dann ein bisschen gedauert und wir haben dann probiert, 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 probiert. Irgendwann ging es dann wieder. Tja, nachdem wir dann festgestellt hatten, dass Aldis Kamera wieder lief. Hier, man sieht, sie hat sich gerade wieder eingeschaltet und filmt nun gerade meinen Bauch. Wie man sieht, sieht man, dass sie meine Kamera in der Zwischenzeit mit dem gleichen Problem abgeschaltet hatte und wir fingen wieder von vorne an. Das ist ein bisschen typisch, ja, aber nicht so sauber mit dem Akku zusammen. Ja, ja, ich hatte es anschauen zu ihm gleich. Oder mal gucken, ne? Ich hab das mal angetaucht. Ich würde schon mal dabei sein, ne? Tja, und wie wir da so standen und bastelten, rollte da jemand von hinten heran, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Nein. Guck mal, da haben wir den Urheber dessen, was wir hier gerade machen. Ein Geist. Nein, kein Geist. Walter Rolle persönlich. Ich hab schon zwei Impfe weg, also mir passiert so schnell nichts. Wir haben eine Kollegin, bei der wissen wir noch nicht, ob die positiv ist oder nicht. Wir halten uns immer von allen getrunken, dann fern. Ja, ne? Ist ja auch normal. Was macht ihr jetzt hier? Wir fahren gerade deine zehn Alten-Tun, machen zehn davon. Ja, wie schön. Wir haben an dich gedacht. Ja, unsere Kameras, die haben uns gerade ein bisschen rausgeschmissen. Ja, ja, ich wollte jetzt hier, das ist ja neu jetzt hier, das wird ja ganz neu, das ist ja eine Mountainbeistrecke hier und auf der Schurmbachhalde auch, ne? Schurmbach, also wenn du jetzt über die Halde fährst jetzt hier, das ist ja die... Schurmbach ist die große oben in dem einen Halb oben. Wo der, wo die Ramme steht, da, ja. Und da haben sie auch eine gemacht. Die bin ich, äh, und da will ich das mal zusammenfassen, dass man die so zusammenfahren kann, weißt du? Ja, gute Idee. Ja, die, ja, hätte was gesagt, wäre ich nicht gefahren. Aber jetzt ist ja keine Zeit. Wir wollten heute Morgen aufs Rennrad streiken und haben uns dann total gefühlt, dass die entschieden sind, da kommen wir von der Walterstrecke, ne? Ja, schön, äh, nimmst du auf, ne? Eins, zwei, drei. Ach, danke schön. Ja, der, äh, Fahrrad da hoch, ihr wollt doch nicht da runterfahren, ne? Ihr wollt doch da hochfahren, ne? Wir müssen erst mal hoch. Wir müssen erst mal hoch. Wir müssen jetzt hier, wüsstest du nicht mehr, wo du bist, oder? Nein, meine Kamera hat sich abgeschaltet, weil die Verbindung zum Akku weg war, deswegen musste ich jetzt erst mal warten. Ich hab die hier. Ne, ne, das ist schon alles klar. Ich wollte gucken, wie du, äh, weil du fährst ja immer vor manchmal. Und dann siehst du ja immer, wo der Talant geht. Ja, manchmal ist gut. Also die 10-Hallentur, wo seid ihr denn eingestiegen? Startpunkt. Was? Oh, Startpunkt, da bei Lidl. Ach so. Ja, so Kirchen ist das. Ja, ja, man kann ja überall einsteigen, ist ja ein Grundlos, ne? Aber bis jetzt sehr, sehr schön. Gefällt mir, bis jetzt sehr schön. Gefällt mir. Und die wird noch schöner. Ja, dann mitten in der Stadt, ne? Ja. Schön, sehr schön. Ich hab auch viel Lob gekriegt von der Hallentur. Da sind auch welche aus Saarbrücken, von, äh, von Hessen gefahren und so. Die haben mir geschrieben. Die schön gemacht. Ja. Da fahr'n wir mal ein bisschen. Ah. Wenn man schon so ein Klick zu tun hat, dann fährt man Berge raus. Wenn man so ein Klick zu tun hat, dann fährt man Berge raus. Ja, war schon ein schöner Zufall, dass der Walter da aufgetaucht ist. Das war nicht verabredet. Das war also wirklich aus freiem Himmel heruntergefallen. Wir haben uns auch total gefreut, den Walter nach vielen Monaten Corona-Absidenz mal wiederzusehen. Letztes Mal haben wir ihn, glaube ich, glaube im Februar 2020 auf einer NRW-Cup-CTF haben wir ihn das letzte Mal getroffen. Na ja gut. War jetzt aber auch machbar. Walter ist durchgeimpft aufgrund seines Alters. Beide Impfungen hinter sich. Er ist also immunisiert. Nein, ich verrate euch jetzt nicht, wie alter ist. Ihr könnt es ja mal abschätzen anhand seiner Steigfähigkeit gleich auf den Bergen. So, diese Halde da, die Eikwinkel und auch die Halde Schurrenbach, da haben wir gesehen, da sind unglaubliche Trails im Bau und die haben wir uns dann auch eine Woche später mal näher angesehen. Und ich muss sagen, das ist mit das Tollste, was wir hier im Ruhrgebiet bislang erlebt haben. Da gibt es dann bald auch einen eigenen Film. Genau die wollte Walter an dem Tag eigentlich erkunden. Da gibt es dann bald auch einen Film. Da gibt es dann bald auch einen Film. Und weil es dann bald auch einen Film. Der Film ist dann bald auch ein Film. Der Film ist dann bald auch ein Film. Ja, voll schön. Du hältst dich schon nachher, dann müsste er hoch. Dann müssen wir was hoch, ja. Ja, ganz nach oben. Die Schurenbachhalde ist auch eine von denen, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Obwohl wir da schon ganz oft vorbeigefahren sind. Schaut mal hier rechts, da kommt ein Trail runter. Die ist relativ groß. Und ja gut, man muss sich ein bisschen anfreunden, die Strecke, die wir hochgefahren sind. Achtet mal auf die Treppe hier, da habe ich gleich auch noch was zu erzählen. Ist ziemlich tief und weich geschottert. Das heißt, man muss da schon wirklich sich anstrengen, um da diese Schotterpassagen hochzubrettern. Die dann auch, so wie hier, mit ganz ordentlichen Rampengewürz sind, die dann deutlich über der 10%-Marke stehen. Aber na gut, man will ja oben auf die Halte drauf. Führt keinen Weg dran vorbei. Runter gucken und dann hinterher sowieso wieder. Musik 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 Ja, das ist jetzt die Hauptrampe, die oben zum Plateau führt, der sogenannten Mondlandschaft, wo dann auch ein Kunstwerk von Eric Sarah aufgebaut ist. Na ja, Kunstwerk ist ja, über Kunst lässt sich ja streiten, eigentlich eine große Stahlbramme, eine Stahlplatte. 100 mal 3 Meter und das Ganze dann 20 Meter lang, abgeflext und teilweise im Berg vergraben, mit 3 Grad Schräglage aufgebaut. Das macht einen besonderen künstlerischen Wert auf. Ich habe gelesen, das Ding hat etwa eine halbe Million Euro gekostet und ja. Ja, dumm ist nur, dass man diese Platte eigentlich von nirgendwoher sieht und auch nicht identifizieren kann, weil das ist. Andere Alten haben da viel bessere Wahrzeichen, aber naja, man sieht jetzt links diese Platte in die Sicht kommen und okay, sie ist da halt oben und da ist sie halt. Musik 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 So eine Halde in dem Tempo in einem Stück hochzubrettern, ja, ist schon ein ordentliches Stückchen Arbeit und als wir dann oben waren, waren wir auch froh, dass es nicht noch weiter hoch geht. Aber schaut euch mal diese Aussicht an, ne? Das ist doch mal eine Belohnung für die Anstrengung. Musik 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 Ja, warte mal, das ist aber ein Fahrrad. Ah, warte mal, das Shoulders, warte mal, ach malst du oben, Annas? Musik 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 Aber du fährst nicht so, sondern du fährst nachher an. Wolltest du den Park schon vorbei? Nein, kommt davon. Ja stimmt, jetzt sehe ich das. Ist die jetzt an oder nicht? Siehst du da was Rotes? Ja. Zweite Liga, meinst du? Mittelpunkt der zweiten Liga? Das auch. Halt dich geschlossen. Sonst geht es dir so wie die Schalker selber. Sonst kriegst du Prügel. Hey, hör mal, du redest mit einem. Wo sind wir? Vierte Liga? Ja. Mini Golf Liga? Nein, nein. Ja, man kann hier natürlich die Trails runterfahren oder auch eine Abkürzung nehmen. Das war so eine Treppe. Demnächst in diesem Kino, sage ich noch. Ja. 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 Musik 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 Die Erkunde ist richtig schön und dann mache ich ein A1-Hättich, dass man von hier so alles falsch kriegt. Da muss ich aber erstmal abfahren. Die sind doch noch nicht freigegeben. Ich wünsche euch was schönes Fahrt. Sie auch? Wir geben uns intensivste Mühe und dann gibt es mir mal Bescheid, wenn ihr die reingesetzt habt. In zwei Wochen. Lass mein Herz. Ich bin immer mit am Fahren. Alles klar, Walter, ne? Ciao. Das war doch perfekt. Ja, war wirklich perfekt. Wenn Walter sich jetzt auf sein Trailscouting, dass er sich ja eigentlich für diesen Tag vorgenommen hatte, konzentrieren konnte und die Eick-Winkel und die Schurenbach nochmal genau erkundet hat, sind wir über den Rhein-Herne-Kanal rüber und machen uns jetzt in Richtung Matthias Stinnes auf den Weg. Links und nach schräg runter. Also Richtung Horst und Kahn. Und wieder links. Geradeaus drauf. Ja, ja, meine Sattelstütze wurde wieder immer schlimmer und die nächste Halde nahte. Jetzt links, 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 links. Wir müssen auf den Straßen, warte mal, wir müssen da wo die Männer laufen. Also jetzt hier über die Fußgängerampel drüber, die ist grün. Die Halde Matthias Stinnes ist eine eher unscheinbare Halde, mit 54 Meter über normalen Null auch nicht wirklich hoch. Aber man soll sie nicht täuschen lassen, auch Halden, die nicht hoch sind, haben steile Anstiege. Heute noch ein paar Links zu klären. Die Halde Maaf wird auf der Straße, die nicht hoch ist, die neue حول zu machen. Wird's, die nicht hoch ist, ist lange zu nehmen, ist keiner zu nehmen. Daher soll ich ein paar Minuten playen. Die Halde Maaf wird, von der Anliekstelle ist Arbeit, ablässig. Das ist weiß, nicht mehr Conflikt, die nicht hoch ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hier wird es wieder flacher. Naja, wobei flacher dann wieder ziemlich relativ ist. Man ist jetzt bei knapp über 15 Prozent. Vorher waren es knapp über 25. Und warte was. Ja, und das Ding, was da war, stellte sich dann eine Skulptur heraus. Aber eine, auf der man sitzen konnte. Immerhin. Mit Aussicht. Ein Ding. Und wieder. Mit dem blödesten Anstieg rutscht der diese blöde Sattenschwitze runter. Ah, Halde, Matthias, Dennis. Ah, das ist der Halt aufgerufen. Ja, Kippe 7. Die kleine, was du sagtest. Sind nicht alle so riesengroß. So, meine Helm muss ich drüben, das kann ich nicht essen. Aber dann hat der Wald auch aufgekreuzt. Das ist doch auch nicht. Das war jetzt so ein schöner Zufall. Na gut, tut auch jetzt. Ich habe gesagt. So ein Jagdgebiet, ja klar, tut ich. Das ist richtig. Das ist so ein Gitter. Ja, so spektakulär der Aufstieg zur Matthias Stinnishalde war. So unspektakulär dann wieder der Abstieg. Aber, naja, Hauptsache es rollt. Das ist so ein Gitter. Ja, wir wollen hier Halden hochfahren. Und wenn es hochgeht, hat man wahrscheinlich schon wieder eine Halde erreicht. Oh, das ist so ein Gitter. 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 die halte 19 oder auch kippe 19 genannt in glattbeck zum glattbecker haldenpark da stehen also einige halten direkt nebeneinander und die hat hier was ganz besonderes ja ganz besonders jetzt nicht unbedingt im positiven sinne sind so wege einbauten wie man hier schon so ein bisschen sehen kann regnen die teilweise so tief sind wie panzersperren also jemand abhild ist das noch nicht so ein großes problem aber wenn man hinterher wieder downhill fährt da muss man ja schon gucken wie man da halt rüberkommt ja oder alte seilrad einer zeche oben als wahrzeichen auf der kippe 19 ja es interessant anzusehen da gibt es auch noch so ein kleines pavillon da haben wir uns jetzt nicht reingesetzt weil da saß schon jemand aber ja war zumindest optisch ansprechender als die stahlplatte auf der schurenbach aber na gut dann ist natürlich dann auch für der ansicht sache ja 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 Musik Das war's. So, jetzt hier. Hier, oder? Ja, ich denke hier. Hier geht's links. Andere Chance haben wir nicht. Also hier. So, jetzt geht's mal ein kleines bisschen durch städtisches Gebiet. Man muss auch die eine oder andere Hauptstraße kreuzen. Ist aber kein Problem. Auch hier nicht so richtig viel los. Und naja, ist auch nicht allzu lange. Hier im Wandel. So, jetzt geht's. Ja, die Halde 22 in Gladbeck ist dann schon ein kleines bisschen höher. Und zeichnet sich durch einen langgezogenen, geraden, steilen Aufstieg aus. Das ist so ein bisschen was für Konditionsfanatiker. Aber, das ist ein schöner Trail. Man kann ihn, naja gut. Man muss halt den Berg hoch, aber man kann ihn trotzdem schön fahren. Und von der Natur her ist der auch toll. Ja, die Sattelstütze war auch mal wieder unten. Ich freue mich schon drauf, da mit der Sattelstütze jetzt hochzubrettern. Und hatte auch echt meinen Spaß dabei. Ja, das war ich auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, erstmal Luft holen. Das war anstrengend. Im Hintergrund sieht man die Mottbruchhalde und das ist die Halde, die ich vorhin mal beim Walter meinte mit den beiden Halbmoden. Auf die Mottbruchhalde fahren wir auf Walter Strecke heute nicht rauf. Hätte man machen können. Im Endeffekt waren die Halden, die wir hatten, aber auch ausreichend. Und wir haben uns die Mottbruchhalde eine Woche später angeguckt. Das ist wirklich kein Quatsch. So, da vorne geht ein Trail runter. Und den fahren wir jetzt auch. Als wir eine Woche später wieder auf dieser Halde waren, hier haben wir auch festgestellt, wir waren noch gar nicht ganz oben. Da gibt es noch ein Plateau, das liegt höher. Von da gehen einige schöne Downhill Trails runter. Ja, schön ist relativ, aber ziemlich steile, die man auch ganz gut fahren kann. Da ist Alis dann auch runtergebrettert. Und naja, hier fahren wir jetzt mal ein etwas vom Wucherten Trail runter, der allerdings dann auch für jedermann fahrbar ist. Ja gut, Gott sei Dank hatte ich die richtigen Handschuhe hinten drin. Denn in meinem Köfferchen musste ich dann gleich nur wechseln. So, jetzt kommen die gepanzerten, dornenfesten Handschuhe zum Einsatz, weil da doch einiges an Ästen in der Handhöhe war. Und ich wollte mir da wirklich nicht die Hände zerkratzen. Nicht hängenbleiben. Nicht hängenbleiben. Ich gebe mich auch mal an. So, weiter geht's. Alles gut. Runter, Alten, natürlich runter. Nur nochmal die Hände in den Hals brechen. Wow. Jetzt kommen wir uns aber gar nicht mehr hoch. Ja, das ist ja die Abkürzung gewesen. Ja, das ist ja die Abkürzung gewesen. Vielleicht kommen wir uns aber noch auf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nice! Stopi! Oh, weg! So, jetzt sind wir da wieder unten So, hier nochmal ein kurzer Blick auf die Mordbruchhalde, die ja einen ganz eigenen Charme hat. Aber, naja, man sollte zumindest einmal drauf gewesen sein. Ihr werdet es demnächst hier sehen, wie es da oben drauf aussieht. Und wie man da wieder runter kommt. Und die Kamera guckt nach unten. Zwischen den Halden in Gladbeck ist ein gut ausgebautes Radwegenetz, durch den Wald, durch die Natur. Kann man sehr schön fahren und ist auch nicht so viel los. Ähm, da kann man also auch problemlos mal eine ganz normale Radtour durchmachen, ohne gleich die ganzen Halden erklimmen zu müssen. Auf der anderen Seite, wer was sehen will, der muss dann da rauf. So, links sieht man die Halde Graf Moltke 3-4. Da sind wir auch nicht rauf gefahren, da kommt man auch nicht rauf. Die ist abgesperrt. Warum ist die abgesperrt? Die brennt. Die meisten der Halden haben in ihrem Gestern einen relativ hohen Kohleanteil, der als Halde natürlich dann mit dem Luftsauerstoff in Kontakt kommt. Und dann machen die Schweelbrände. Die Graf Moltke erreicht teilweise Temperaturen von über 600 Grad Celsius. Ja, und da lässt man dann natürlich niemanden rauf. Also man sieht es nicht, es qualmt nicht. Manche von den Halden, an denen wir an dem Tag drauf waren, brennen auch. Wie zum Beispiel die Halde 8 im Brauk. Aber wohl nicht so schlimm. Insofern halb so wild. Also wir haben zumindest keine warmen Sohlen bekommen. So, Gott verflucht und zugenäht, habe ich in dem Moment gesagt. Achtet auf meine Sattelstütze, die geht mal rauf, dann geht es mal wieder runter. Katastrophe. Ich hatte wirklich die Nase voll. Das resultierte dann auf dem Gipfel dieser Halde in eine ganz wilde Aktion. Die Halde im Brauk ist ja jetzt nicht die allerhöchste Halde. Und auch die Anstiege sind jetzt nicht die allerschlimmsten. Man geht da schon ganz ordentlich den Berg rauf. Aber im Vergleich zu den Halden, die wir vorher hatten, war das dann doch schon ein kleines bisschen moderater. Ein bisschen negativ aufgefallen ist mir der ganze Müll, der da auf dieser Halde rumflog. War also von der Pizzaverpackung über bis zu alles vertreten und dann teilweise in recht großen Mengen. Und vielleicht sollte sich die Stadt Gladbeck dann doch mal überlegen, auf dieser Halde ein paar Mülltonnen aufzustellen, damit die Leute da ihren Schmoder direkt entsorgen können und nicht in der Gegend verteilen. Ja, da war die Bank. Ich hatte einen Plan und den habe ich dann ausgeführt. Plan A. Ja, meinen automatischen Sattelabsenkweg auf die Hälfte reduzieren, also die zweite Raste zu nehmen, blieben noch 50 Millimeter übrig und das Ganze dann zu kompensieren, indem ich einfach die Sattelstütze komplett ein bisschen höher rein stelle. War dann mal eine Idee. Die habe ich dann ausprobiert. Ja. 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 Gut. oder sprach der frust aus mir also die idee das zweite loch also quasi nur die halbe absenkung zu nehmen hatte sich zerschlagen weil da sprang die seitenstützern auch es war so keine ausgeschlagenes loch sondern general problem und jetzt blieb nur noch eins das ding komplett stilllegen so mein werkzeugkästchen kennen ja schon das problem war jetzt ich sitze auf dem werk ich habe eine mechanik die stilllegen will und muss die irgendwie blockieren aber womit gott sei dank lag da ja genug schrott rum und ich habe dann letztendlich so ein ja wie nennt man die dinge eigentlich sondern ja wenn man brot kauft geschnittenes brot kauft die tüten werden verschlossen mit so einem pappdraht clip diesen pappdraht clip habe ich dann zusammen gewickelt da sieht man ihn und dann über den deckel fixiert ging aber noch nicht ganz drüber der deckel also muss ich dann was zum quetschen holen und jetzt habt ihr das einmalige vergnügen mal zu sehen was ich alles so in meiner tasche mitnehme so mit diesem teil habe ich also dann den bolzen der die sattelstütze fixiert und der rein und ausgezogen wird über den zug jetzt völlig festgesetzt der steckte also jetzt voll drin ich kann meine sattelstütze nicht mehr bewegen und die kann mich aber auch nicht mehr nerven indem sie in sich zusammensackt ich fahre jetzt also mit einer ganz normalen sattelstütze weiter juhu so der ist der 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 יט ein bisschenurchsichtiger fahren eyesight auch gut aussieht Ach jo, wir machen den Puller, Alter. Die Ware hin. Guck dir rechts rüber, jo. Ja, und dann hat man die Kranken-Puller. Jo, und das meinte der Walter. Und das ist die Stelle, die der Walter eben meinte. Ah, das sieht man aber. Ah ja. Ja, Walter hatte uns kurz vorher davor gewarnt, dass auf einer der Halden bei der Abfahrt mittendrin ein gefährlicher Puller kommt, der dafür gedacht ist, die Radfahrer dann so weit abzubremsen, dass sie nicht die 10 Meter dahinterliegende Straße ungebremst queren und dann möglicherweise direkt vor den LKW beitern. Insofern war dieser Puller dann natürlich total sinnvoll und auch gut. Ja, nur halt, wenn man dann das erste Mal runterfährt, dann denkt man sich schon im ersten Moment, warum steht genau da dieses Ding. Jo, meine Sattelstütze hat gehalten. Die blieb jetzt stur und steif rum, die sackte nicht mehr ein. Und deswegen habe ich jetzt hier an dieser Stelle geschoben. Ich hätte die Treppe fahren können oder den Weg daneben, aber mit einer hochstehenden Sattelstütze war mir das dann ein bisschen zu blöd. Eigentlich hätten wir noch die Treppe runterfahren können. Das ist halt nur hier. Ne, mit Sattel oben fahre ich da keine normale Treppe nicht runter. Da ist dann auch gleich aufgefallen, ich hatte mich da so runtergebeugt, weil ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Geräusche hinten am Antrieb. Auch beim Schalten, das war auch neu. Man kennt das ja, wenn plötzlich Geräusche am Fahrrad sind, da wird man ja verrückt bei. Und ich habe festgestellt, die hintere Kassette nicht mehr ganz fest saß. Da ist ja diese Schraube drin und die konnte ich jetzt unterwegs aber auch nicht nachspannen, weil ich da diesen Spezialkranz, um die Shimano-Narben da hinten festzuziehen, nicht dabei hatte. Deswegen habe ich mich da entschlossen, dann ein kleines bisschen weniger Druck auf die ganze Angelegenheit zu geben, damit es nur bis nach Hause hält. So, die ich dann nicht värde? So, damit es nicht klar ist. So, das ist es vieles. So, dann etwas... So, ich позволere mich. So, das ist jetzt alles gut. So, es wird alles gut. So, es wird viel, zu sein. So, das ist kein Bier, zu tun zu sein. So, rechts am Horizont sieht man schon den nächsten Gegner, die Halde Rungenberg, die auf uns zukommt. So, rechts am Horizont. So, rechts am Horizont. Die Halde Rungenberg ist wieder einer der deutlich höheren Halden, die wir hier haben. Und dementsprechend schmackig gingen dann auch gleich die Anstiege wieder los. Ah, ja genau. So, jetzt kommt's, jetzt geht's scharf. Die Rungenberg ist auch so ne Täuscherhaltung. Man sieht sie, wenn man die Autobahn 2 entlang fährt, auf der linken Seite und man meint dann eigentlich immer, das ist die Halde mit den zwei Kanonen oben drauf. Und die sieht auch gar nicht so hoch aus. Also, ich hatte die eigentlich als relativ niedrige Halde eingestuft. Wenn man jetzt da ist, stellt man fest, die ist eigentlich riesen groß. Die ähnelt von den Abmessungen so ein ganz klar ein bisschen der hohe Bart. Und die ist auch ziemlich hoch und die Anstiege dahin sind auch richtig heftig. Und ich war wirklich überrascht. Also, wir waren vorher noch nie drauf. Wir haben ein paar Videos gesehen, dass andere Leute da mal raufgefahren sind. Aber die konzentrieren sich dann in erster Linie halt auf die Strukturen am Gipfel. Hier haben wir dann mal den ganzen prächtigen Anstieg gefilmt. Und ich muss wirklich sagen, da kann man sich gut die Beine breit strampeln. Aber da mache ich auch mal den Sprung von hinten. Von einem Stück vorne. Von einem Stück vorne. Von einem Stück animated ihn Sähen. Von einem Stück vorne. Wo ab einer gewissen höhe wird es dann wieder ein klein bisschen rüber dann kommen auch mal ein paar meter dazwischen wo man die bahn mal wieder ein bisschen entspannen kann aber die sind nicht lang und dann kommen auch gleich wieder die prozente nahe des zweistelligen bereiches hier geht es nach links hoch fahren wir links hoch hier wird direkt so einfacher ist da vorne das man jetzt gibt gehört zu fahren so wir haben es also jetzt aufs plateau geschafft und man sieht auch schon die alten landschaft wieder im hintergrund all die anderen halten auf denen wir teilweise schon drauf waren sind aber noch lange nicht oben das heißt steigt das plateau noch ein stückchen an und b kommt dann ja auch noch das ding mit den kanonen drauf was man hier gleich schon links so ein bisschen sehen kann so ich habe natürlich in der zwischenzeit auch ein bisschen recherchiert auch jetzt hier für diesen film und ich musste zu meinem erstaunen feststellen das sind keine kanonen die da oben drauf montiert sind sondern das sind spiegelscheinwerfer also im prinzip so was wie flackscheinwerfer sehr sehr starke leuchten die im prinzip diese pyramide jetzt sieht man es eigentlich ganz gut das ist eigentlich gar kein werk das ist eine pyramide die hat also einen quadratischen grundriss ist eine zweistufige pyramide die in der mitte diagonal durch ein tal durch eine schlucht durchbrochen ist und oben stehen dann diese beiden scheinwerfer man sieht es jetzt hier deren leuchtwinkel exakt dem büschungswinkel einer kante entspricht die da nachts mit ihrem licht quasi virtuell die pyramiden spitze darstellen soll ist dann auch kunst wir sind jetzt in der schlucht zwischen den beiden super scheinwerfern und der ursprüngliche plan war ja bis ganz oben zu fahren aber da saßen dann auf den plateaus neben diesen scheinwerferkanonen dann jede menge leute dann haben wir noch gesehen so richtig hochfahren ist da auch nicht und dann haben wir auch keine lust mehr und ich wollte meine kassette ein bisschen schonen die knarzt und dann haben wir halt gesagt komm wir suchen uns eine bank und futtern erst mal futtern ist immer gut vor allem oben auf halten so so Da hätte ich gesagt, was das sein mag. Da ist die Liebhardmal. Da hinten ist Haltern. Ruhemarkt. Tetraeda? Doch, Tetraeda. Das ist Tetraeda. Auf der anderen Seite ist die Hoppenrohre. Die Rohrwache habe ich schon gesehen. Und da vorne. Da sind sie auch. Wir gucken immer von der Hoppenrohre. Wenn wir oben drauf sind, wenn wir oben drauf sind, gucken wir immer hier auf das Ding. Jo, stimmt. Ich habe schon gesagt, das sind unsere Ruppertalpen. Herrlich, wirklich. Aber das muss man erst mal wissen. Ja, das muss man erfahren. Erfahren, genau. Jetzt sind wir endlich an diesem Kanonen. Ja, man kann sagen, ja. Hört ihr die Begeisterung? Und diese Begeisterung kommt aus der Stimme einer Frau, die schon neun Halden hochgefahren ist. Mit dem Mountainbike. Und schon über 40 Kilometer in dem Mountainbike. Und die hat Spaß. Die Strecke, die kann gar nicht schlecht sein. Wirklich. Ich muss wirklich sagen, Walter hat mich mit dieser Strecke, ja, so ein bisschen ins Philosophieren gebracht. Mir sind Halden vorher eigentlich nur als Klötze aufgefallen, wo man hoch muss und möglicherweise schöne Strecken sind. Aber wenn man das Ganze jetzt als landschaftliches Gesamtkonzept sieht. Das heißt, man ist auf einer Halde und schaut sich die anderen Halden an und dann wirklich realisiert, wie diese Halden unsere Landschaft verändern und wie viel Kultur und wie viel Vergangenheit da drinsteckt. Ich meine, all dieser Dreck, der da jetzt aufgehöft worden ist, der wurde von Menschen unter Tage abgebaut. Mein Vorfahren. Das ist also schon eine historische Geschichte. Außerdem gibt es auch immer wieder schöne Abfahrten, so wie die hier. dann kam. und dann kam. Deshalb war der Zimper, Und da, die in der Zimper ruf! Dann kam. Und da kam. Dann kam. Dann kam. Ich bin Zimper, ich bin Zimper, der da in der Zimper zurück da drinsteckt. und herrlich sehen wie groß die halde ist wir sind also immer noch auf der halde im hintergrund sieht man die pyramide und wir sind ja mittlerweile drum herum gefahren und der ding hat ein paar kilometer auch wenn man auf dem rundweg fährt ja so sehen wir schon nix Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ab hier muss man leider ein bisschen Abstand nehmen zur originalen Strecke. Da, wo der grüne Container steht, wäre nämlich der eigentliche Weg weitergegangen entlang des Rungenbachs. Aber die Emscher-Genossenschaft baut da gerade alles um, deswegen war da gesperrt und wir mussten jetzt die Straße nehmen, haben da ein bisschen improvisiert und versucht die Strecke jetzt wiederzufinden. Und dann da vorne rum und dann hinten irgendwie wieder auf den Weg, auf die Strecke. Wollen wir jetzt nach da fahren, hier? Ja, da wollte ich ja hin. Wir wollten jetzt rüber und dann da hinten rum. Weil von hier über die Straße kommen wir ja nicht mehr hin. So, hier haben wir dann letztendlich die Strecke wiedergefunden. Und man sieht ja links und rechts noch überall die Bauzäune. Da wird also heftig gebuddelt und das wird wahrscheinlich auch noch eine gewisse Zeit anhalten. Also, an dieser Stelle zwischen Rungenbach und der nächsten Halde, der letzten Halde, muss man dann möglicherweise eben ein bisschen improvisieren. Der Zwischenbereich zwischen der Rungenbach und der letzten Halde auf dieser Tour ist relativ lang, führt aber über Bahntraßen normalerweise. Leider Gottes hatten wir halt diese zwei, drei Kilometer Straße dazwischen, aber war auch halb so wild. Gut, jetzt sind wir am Rhein-Herne-Kanal. Dieses Stückchen Strecke kennt ihr auch schon aus einem unserer Filme. Das ist ein Teil der ZDF von Herthen-Westerholt. Der ZDF, die nicht sein sollte. Und hier queren wir dann jetzt erstmal die Emscher. Stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Wir sind nicht am Rhein-Herne-Kanal vorbeigefahren. Der kommt jetzt, sondern wir sind erst an der Emscher vorbeigefahren. Queren jetzt die Emscher, queren jetzt den Rhein-Herne-Kanal und fahren dann am Rhein-Herne-Kanal entlang zurück. Der kommt jetzt gegen. Ja, das liegt hier besonders gut. Ja, das liegt am Rhein-Kanal. So, jetzt in Frank-Gelsenkirchen sind da jetzt von Rhein-Herne-Kanal abgebogen. Und karriolen da jetzt noch ein bisschen in der Gegend vom Zoom-Erlebnis-Park rum. Und kommen jetzt zu unserer letzten Halde. Hier geht's links. Da ist die Halde. Die Halde Pluto in Gelsenkirchen. Nicht die höchste aller Halden, aber eine der schönsten. Landschaftlich, man sieht's hier. Wunderschön gelegen. Und auch wenn sie nicht so super hoch ist, da kommt gleich ein Anstieg, der sich gewaschen hat. Also da kann man am Schluss nochmal so richtig die restlichen Körner, die man noch hat, verbraten. Hopp, hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, den letzten paar Meter Anstieg habe ich dann geschoben. Das habe ich mir aufgrund meiner lockeren Kassette dann einfach mal gespart. Aber schaut euch das an. Schon wieder so eine Aussicht. Ist einfach nur toll. Da ist die Schalka-Arena. Und dahinter ist noch Halldorf. Der war mir. So, dahinten ist der T3-Jeder. Da waren wir auch. Ja, und dann sind wir hier oben. Jo. In 10 halten sind so meine Schaltung heute auch genug. Komisch, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, was da los ist. Ja. Ach, das ist zu locker? Das ist zu locker, ja. Man muss festziehen. Kann ich jetzt aber nicht bauen Schlüssel für. Da hat er auch die Größe im Nachschlüssel. Ja, und irgendwie... Ja, bei der 12-fach Schaltung ist alles sehr eng und sehr präzise eingestellt sein. Und wenn dann das Spiel ist, dann kann er schon mal seine Gekette überspringen. Oder nicht mehr sauber läuft. Deshalb. Aber ich wollte ja eh hinten mal diesen... Was ist der Monat? ...diesen Widerstandslaufreifen da mal abmachen. Da mal wieder einen richtigen draufbauen. Ich meine, der Schlamm ist sehr gut, aber... ...auf Asphalt ist er... Wie im Schlamm, vom Fahrwiderstand her. So, geschafft. 10, geschafft. Jo, dann... Schalte. Nach 10 halten. Ja, und die letzte Abfahrt hat dann auch Spaß gemacht. Genussmittel. Da waren so ein paar kleine Kicker drin. Ich konnte nochmal springen. Na, krönender Abschluss. Ein wunderschön Tor. Na gut, noch waren wir nicht am Ziel. Aber auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, man kann natürlich ja schon mal ein kurzes oder auch längeres Resümee ziehen. Mein lieber Walter, gratuliere dir. Die Strecke ist umwerfend. Das ist eine wirklich gelungene Kombination aus einem schönen Mountainbike-Rundkurs. Ich meine, gut, den könnte man auch durchaus mit dem Rennrad fahren oder mit dem Gravelbike fahren oder ja auch mit dem Hollandrad fahren. Kein Problem. Gewürzt mit wunderbaren Halden, die natürlich dann schon eher das Gebiet eines Mountainbikes oder halt eines Gravelbikes sind. Wir haben ja jetzt im Nachhinein noch ein paar Halden ein wenig deutlicher erkundet. Und speziell im Bereich der Halden Eickwinkel und Schurenbach haben wir ja jetzt gesehen, da gibt es Trails, die da wunderbar zuergänzt werden können. Das heißt, wenn man diese Trails, wenn du denn wie angedroht daraus einen Rundkurs bastelst, noch in diese Strecke integrieren würdest, das heißt, wenn man die dann auch wirklich runterfährt, dann ist die ganze Angelegenheit vielleicht drei, vier Kilometer länger, aber um ein echtes Highlight reicher. Muss man einfach sagen. Die Halden an sich sind toll. Wir sind sie zum ersten Mal gefahren und ja, da werden wir zumindest bei einigen nochmal häufiger wiederkehren. Na ja, das gesamte Konzept dieser Rundstrecke, dieser wunderbaren Tour. Ich meine, wir hätten uns jetzt auch darauf beschränken können, die Spitzen der Halden zu zeigen. Dann wäre das ein kurzes Filmchen geworden. Wir haben aber jetzt die ganze Strecke gezeigt, weil die es einfach verdient hat, gezeigt zu werden. Weil die Strecke ja eigentlich das ist, was so toll ist, nicht nur die Halden Spitzen. Deswegen ist der Film auch ein bisschen länger geworden. Ich danke allen, die noch hier sind dafür, bis zu Ende geguckt zu haben. Und ja, wir beide waren und sind begeistert. Lieber Walter, wir fahren noch mehr mit dir. Und wenn wir das nächste Mal fahren, nehmen wir dich auch mit. Dann rufen wir dich vorhin mal an. Jetzt geht's ja. Und ja, toll gemacht. Natürlich kann man wie immer, wenn ihr diesen Film gesehen habt und ihn gut gefunden habt, auch einen Daumen hoch hinterlassen. Ihr dürft den Kanal abonnieren. Nächste Woche gibt's wieder mehr. Wahrscheinlich mal was wieder vom Rennrad. Aber wir werden das Mountainbike jetzt nicht in die Ecke legen. Momentan haben wir wieder so eine Phase, wo das Mountainbike extrem Spaß macht. Und ja, möglicherweise kommen wir ja auch bald in den Genuss, wieder in größeren Gruppen radeln zu können. Die Impferei nimmt ja langsam so ein bisschen Formen an. Und drücken wir mal die Däumchen, dass jetzt alles klappt. So, euch wünschen wir noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Bis demnächst in diesem Kino. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020